Pasta mit Sardinen, super günstig, super lecker und in nur 10 Minuten auf deinem Tisch. Meiner Meinung nach sind Sardinen der perfekte Einsteiger-Dosenfisch. Besonders für ein super günstiges, schnelles Abendessen direkt aus deiner Vorratskammer. Für diese Blitz-Umami-Pasta kombinieren wir sie mit einem knusprigen, frischen Knoblauch-Zitronen-Crunch und viel sonnengereiftem Tomatenmark und grünen Oliven. Du wirst sehen, die Sardinen schmelzen geradezu in die Soße. Dazu kommt noch Butter und deine gekochte Pasta und das glänzt in der Sonne. Wenn du uns folgst, willst du jeden Tag kochen.